Mein Name ist Martin Hafen, ich bin Sozialarbeiter und Soziologe. Ich bin angestellt an der Hochschule Luzern, an der Fachhochschule für Soziale Arbeit, in dem Bereich Soziologie, Systemtheorie, Prävention, Frühförderung. Ich bin ein Experte für Systemtheorie, das ist vom Soziologischen, ich bin ein Experte für Prävention, wo ich meine Dissertation geschrieben habe und ich bin ein Experte für Frühe Förderung, das ich als wichtigstes Präventionsfeld überhaupt bezeichne. Bezüglich Kindermitbestimmung habe ich prinzipiell noch nie das eigenes gemacht, aber natürlich ist Kindermitbestimmung wiederum ein ganz wichtiger Aspekt des Aufwachsen von Kindern, sei das schon im Frühbereich, aus allen Formen von Kindermitbestimmungen schon gibt. Zum Beispiel im Rahmen von Kindertagesstätten gibt es solche Modelle, aber dann vor allem natürlich im höheren Alter, wenn sie in die Schule kommen, wie sie zum Erwachsenen sind. Ich finde das enorm wichtig, weil die Kinder sind ein ganz wichtiger Teil unserer Gesellschaft und sie sollten unsere Gesellschaft auch mitgestalten können, auch wenn sie das im politischen Prozess noch nicht können, den langen Vorstellungsalter durch den Erspielerwachsenen ansetzen. Ich denke, im Bereich Kindermitbestimmung gibt es sehr viele gute Initiativen, aber es gibt nichts, was quasi überall stattfindet. Das heisst, man könnte die vielen guten Initiativen, die es gibt, noch mehr Verbreitung haben, dass sie an anderen Orten eben auch umgesetzt werden können. Und ich denke, das Hauptproblem der Kindermitbestimmung ist schon, dass, wenn man quasi Initiativen zur Kindermitbestimmung lanciert hat, dass dann die Umsetzung von dem, was mit dieser Mitbestimmung herausgekommen ist, eben nicht immer ganz einfach ist. Das ist z.B. beim Kinderparlament, wo man jedes Jahr einmal im Nationalwohn darf und Kinder dürfen darüber diskutieren, was man alles in der Gesellschaft machen soll, aber es halt den politischen Umsetzungsprozess brauchte, in dem das passiert und die finden dann immer statt. Ich glaube, die Kinder können sich sehr gut zusammentun und sie können sich natürlich auch zusammentun mit Anwachsenen, die sich bei diesem unterstützen. Und dort ist natürlich sehr wichtig, dass in diesem Prozess eine Unterstützung die Kindermitbestimmung möglichst weit geht. Dass also nicht die Erwachsenen letztlich ein Unterstützung bestimmen, was jetzt geht, sondern dass die Kinder sehr grosse Gestaltungsfreiheit haben und auch Prozesse gestalten. Sie machen das in der Regel super und sie wissen genau am besten, was die Kinder letztlich tun. Der Vorteil für Kinder, wenn sie das machen können, liegt natürlich erstens einmal darin, dass sie selber Einfluss nehmen auf das, was passiert. Und zweitens, weil sie Einfluss nehmen können, dass das ihre Selbstwertgefühle und ihre Selbstwirksamkeit verstärkt, was ganz wichtige Faktoren sind, um sich dann eben auch später im Erwachsenenleben an politischen Prozessen oder an sozialen Prozessen aktiv zu beteiligen. Und dann einfach nur als Konsumenten das letztlich entgegenzunehmen und halten und vorangehen. Eine Theorie für die Prävention, die fragt sich ja, wie können verschiedene Probleme verhindert werden. Besonders an meiner Theorie ist, dass ich quasi nicht ein bestimmtes Problem im Fokus hatte, zum Beispiel Suchtprävention. Also wie kann ich Sucht verhindern? Und ich habe mich eigentlich gefragt, was ist das Gemeinsame von Suchtprävention und Gewaltprävention und Verbrechensprävention und habe dann in meiner Doktorarbeit die Gemeinsamkeiten und Differenzen von den verschiedenen Präventionsfeldern herausgearbeitet. Eine Erkenntnis ist zum Beispiel, dass die meisten Probleme quasi wie schon vorgespurt werden. Nicht definitiv, aber zu einem Teil vorgespurt werden durch das, was in der frühen Kindheit passiert. Also wenn ganz kleine Kinder zum Beispiel misshandelt werden in der Familie oder emotional vernachlässigt werden, dann steigt quasi, das weiss man aus der Wissenschaft, die Wahrscheinlichkeit, dass sie im späteren Leben richtige Probleme entwickeln können. Dass sie zum Beispiel selber überwässig aggressiv sind, qualitätig sind oder dass sie mehr Suchtmittel konsumieren. Darum sage ich dann eben auch gute Prävention von möglichst früh an. Einmal schon während der Schwangerschaft und dann in den ersten Lebensjahren für die Kinder. Was aber nicht heisst, dass man später nicht auch in der Schule zum Beispiel die Prävention betreiben sollte. Suchtprävention zum Beispiel. Partizipation ganz generell. Also quasi das Teilnehmen von Kindern und Planungsprozessen zum Beispiel eben auch an der Planung eines Suchtpräventionsprojekts. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass die Wirksamkeit von diesen Projekten eben verbessert werden kann. Partizipation, das Teilnehmen ist von dem her eben in jeder Hinsicht wichtig. Und Kindermitbestimmung wäre eine Form von Partizipation. Also von dem her können wir sagen, Kindermitbestimmung wäre ein wichtiges Element von einer wirkungsvollen Prävention, wenn das nach dem, wie man es eben so machen sollte, wenn das so gestaltet ist. Dass nicht die Erwachsenen sagen, was quasi gut ist für Kinder, sondern Kinder eben auch das Mitspracherecht haben und auch mitgestalten können. Das, was Sie hier tun machen, die Ausbau, die Form von Kindermitbestimmung und Kindergestaltung und dementsprechend ein ganz wertvolles Unterfangen, um eben auch andere zu motivieren, sich zu engagieren für die Gemeinschaft und sich in den Sonntagigen mit bestimmten Prozessen auch einbinden zu lassen, wenn Sie den Kläger weitergehen.